Wenn man sie sieht, dann reizt es einen förmlich, sie zu etwas zu benutzen. Gut, ich bin reich genug, um mich sogar mit ausgesprochenem Elend zu verlieren. Meine Fresse, ist die hässlich. Hast du genug von Tennis? Oder von Polo und Bridge? Aber dann bleibt dir doch noch Fußball. Warum soll mir nur eine hübsche gefallen? Darf mir eine hässliche nicht gefallen? Jeder hat so ein Wesen, das ihn in den Wahnsinn treibt und sie sind meins. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020